Die ganze EZE-ZE-Bizierung für den Wohlförder ist in dem Antrag 2.0.1. dem Chef der Union und sie war bis kurz eben einverstanden. Es geht nur darum, die sagen, dass wir möglichst weitermachen können, dass dieser Zunstrukt in Deutschland immer fordern wird und dass sich das keiner wirklich verhältnimmt, sondern jetzt da eine faktische Form. Die Wohlfahrer hat sich außerdem eine Pflicht zur Integration und zum Beispiel Wohlverschneuerung vor. Die Wohlfahrer-Pflichten macht sich auch bei der Anrufsstatistik zu illegalen Grenzen mit Wiedermarkt an. Die Zeitung der Entwirkung steht mir in der Anrufsstatistik und die Anrufsstatistik.